97.2 Flux FM präsentiert Hey, witzig, dass wir uns hier treffen. Ich bin's. Der großartige Phil. Bremen, lasst es euch nicht nehmen, in meine neue Show zu kommen. Ja, und damit der Abend mit Phil nicht im heillosen Chaos endet, Was ist denn dein Problem? kommt Phil mit Hai vorbei. Mein Name ist Shaki, der Hei, und ich bin auch dabei. Die große Phil-und-Shaki-Show am 2. März im Schlachthof Bremen. Phil und Shaki, die beiden, manche können sie nicht leiden, gell? Infos und Tickets unter schlachthof-bremen.de Für Gratistickets schick eine Mail an bremen-at-fluxfm.de betrefft So wie der Kommunismus China, so braucht der Penis die Vagina. Die große Phil-und-Shaki-Show am 2. März im Schlachthof Bremen. Wird präsentiert von 97.2 Flux FM. Quelle ganz... Dürfen Dieirect Phil-und-S тут installiert von 97.3 Flux M준. Dürfen Dürfen